Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um neun Dinge, an denen du erkennst, dass eine Person schlecht für dich ist. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Wenn du ganz neu bist, abonniere ihn, mach das Glöckchen an, dann bekommst du dreimal pro Woche von mir ein neues Video zum Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft und immer wieder in Bezug auch für Menschen mit wenig Zeit, die viel Zeit und Energie in ihre Karriere stecken. Dieses Video mache ich als Reaktion auf eine Frage einer Zuschauerin, die ich bekommen habe. Diese Zuschauerin hat jetzt gerade eine Trennung hinter sich und hat festgestellt, ihr Partner, mit dem sie zwei Jahre zusammen war, so wie ich es verstanden habe, hat sie zwei Jahre lang belogen. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage auf, sag mal, das darf mir nicht nochmal wieder passieren, wie kann ich eigentlich erkennen und am besten frühzeitig erkennen, wenn jemand nicht gut für mich ist, woran kann ich erkennen, dass ich von jemandem die Finger lassen muss. Übrigens, wie du siehst, wir sind immer noch am Edersee die letzten paar Tage, heute ist es bewölkt, der Ausblick ist aber immer noch schön. Wenn jetzt ein bisschen Hintergrundgeräusche da sind, tut es mir leid, da sind wahrscheinlich irgendwie Mäh- oder Baumarbeiten, ich weiß es nicht ganz genau. Aber lasst uns einfach mal einsteigen mit dem Thema des Videos, neun Gedanken, die ich euch vorstellen möchte. Nummer eins, und ich glaube, das ist super leicht erkennbar und aus meiner Sicht ein totales Stoppschild generell, ja. Nicht nur für potenzielle Partner oder wenn du dich fragst, jetzt wenn du in der aktuellen Partnerschaft bist, sag mal, ist das das Richtige für mich, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Nummer eins, Negativität. Kennst du das, du kommst in einen Raum oder du triffst dich mit einem Freund, einer Freundin, Kollege, wie auch immer, du bist gut gelaunt und irgendwie kaum bist du da, zwei Minuten später bist du schlecht gelaunt? Das ist die Macht von Negativität, ja. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, beziehungsweise diese Person, die du jetzt auf einem Date triffst, redet er oder sie zu viel über schlechte Sachen, ist er schadenfroh, also freut sich über das Leid von anderen, meckert die ganze Zeit über irgendwen, ja, oder dass die Arbeit schlecht ist oder das Wetter ist zu heiß oder was weiß ich. Wir alle haben so eine Tendenz, das ist ganz normal, wir sind alles Menschen, ja. Aber es gibt Menschen, die übertreiben es total, die sind extrem negativ und glaub mir, das wird auf dich abfärben. Du wirst die Welt auch grauer sehen und aus meiner Sicht, das ist der erste Punkt, woran man erkennen kann, dass eine Person nicht gut für dich ist. Punkt Nummer zwei, woran man erkennen kann, ob jemand nicht gut, beziehungsweise gut für dich ist, wie redet er über andere Menschen? Er oder sie natürlich. Besonders natürlich auch Kollegen und Freunde und was nicht alles, aber auch zum Beispiel Ex-Partner. Wie redet die Person über die Person, mit der er oder sie früher zusammen war? Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl wollen anderen eigentlich was Gutes und die sehen auch, dass obwohl sie mit dem Partner nicht mehr zusammen sind, dass es auch nur ein Mensch war. Und es gibt aber Menschen, die ziehen absolut über ihre Ex-Partner her. Und der Ex-Partner war total der Fehlgriff, was auch völlig legitim ist, aber nur mal so ein paar Bilder. Der war nur scheiße zu mir, was ein Arschloch. Und wenn ich das von allen Ex-Partnern höre, muss ich mich fragen, erst mal, also wie schlecht wählst du, wenn das alles stimmen würde? Oder stimmt da irgendwas eventuell nicht? Und das ist dein verzerrtes Bild von den anderen Menschen. Und warum sage ich das? Du erkennst jemanden daran, der nicht gut für dich ist, wie er über andere redet, weil er im Zweifel auch so über dich reden würde, wenn ihr mal in einem Konflikt wärt oder in einer Auseinandersetzung härtet oder ähnliches. Jemand, der gut für dich ist, der darf ruhig mal sauer auf dich sein, aber der wird jetzt nicht über dich herziehen. Punkt Nummer 3. Umgang mit stressigen Situationen. Du erkennst jemanden, der gut für dich ist, beziehungsweise der schlecht für dich ist, daran, was macht er, wenn die, in Anführungsstrichen, die Kacke am Dampfen ist. Überleg dir, es ist irgendwie eine Notfallsituation, da ist Druck da. Was macht dein Gegenüber? Keine Ahnung, konzentriert er sich, findet er eine Lösung und macht was draus? Sehr cool. Oder rastet er total aus, beleidigt dich, er oder sie. Also wenn ich mal jetzt nicht beide Geschlechter nehme, nimm es mir nicht übel. Rastet er aus, beleidigt er dich, bist du an allem schuld, dazu kommen wir gleich noch. Also wie geht er oder sie mit stressigen Situationen um? Daran kannst du super erkennen, wie die Person wirklich ist. Weil die Schwierigkeit ist ja, wir gehen auf Dates oder wir lernen jemanden kennen, dann haben wir noch die rosa-rote Brille für Monate oder Jahre. Und die Person zeigt sich immer von ihrer Schokoladenseite. Aber wenn die Person unter Druck ist, wenn die Person am Limit ist, dann zeigt sich das wahre Gesicht. Und jeder darf mal sauer werden, aber dich beleidigen oder dich runtermachen oder sonst irgendwas, Finger weg. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das habe ich gerade schon kurz angeschnitten. Wem gibt er oder sie die Schuld? Die Schuldfrage oder die Verantwortung ist unglaublich wichtig. Extrem viele Menschen begeben sich in die Opferrolle. Ich kann gar nichts dafür, weil... Und das machen Menschen aus zwei unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil sie wirklich denken, sie können nichts dafür und das ist genauso schlecht für sie. Ich sage immer, wenn du selbst schuld bist, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du die Verantwortung dafür trägst, dann hast du nämlich auch die Kontrolle, was zu ändern. Das ist schon an sich eine extrem wichtige Mindset-Frage. Ein Partner, der richtig gut für dich ist, der ein tolles Mindset hat, der akzeptiert auch mal Schuld oder wenn er oder sie einen Fehler gemacht hat. Der zweite Grund, warum wir Schuld von uns weisen, ist tatsächlich einfach, wir wollen besser dastehen. Der andere ist schuld, der kann nichts. Ich bin der Geilste, ich bin die Tollste. Das ist gar nicht unbedingt so, weil wir das Opfer sind, sondern weil wir dieses Bedürfnis danach haben, toll zu sein. Und glaub mir, jemand, der in sich ruht, der sich selbst gern mag, der weiß, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch wenn ich mal die Verantwortung für etwas trage, was nicht so toll gelaufen ist, bin ich trotzdem noch liebenswert, also kein Problem. Das heißt, wie, wem gibt die Person die Schuld? Akzeptiert er oder sie sie manchmal oder weiß der sie immer von sich? Das kann man ganz leicht herausfinden, indem du einfach zuhörst, was die Person sagt. Hör einfach zu und du wirst merken, schiebt er das wie ein Spiegel von sich oder akzeptiert er oder sie auch mal Verantwortung? Fünftens, Personen, von denen die Person nichts hat. Was heißt das? Wie geht diese Person mit anderen Menschen um, von denen sie jetzt nicht irgendwas bekommen kann? Wir alle sind super höflich und super nett mit dem Chef oder was weiß ich, von dem wir abhängig sind. Oder die Person, die uns irgendwie connecten kann mit dem oder dem. Aber wie geht die Person, mit der du gerade datest oder dein Partner oder dein Kumpel, was auch immer bei wem du wissen willst, ob der gut für dich ist, wie geht er oder sie mit Menschen um im Alltag? Der Kellner, die Kellnerin, Menschen, die irgendwie was fragen auf der Straße, Kollegen, Freunde, Eltern, Geschwister, was weiß ich. Wie geht er oder sie mit denen um, wenn er nichts davon an Profit ziehen kann? Und du wirst extrem viel über diesen Charakter lernen. Weil ein Mensch, der sich selbst mag und die Welt mag, der geht gut mit anderen Menschen um. Es gibt gar keinen Grund, das nicht zu tun. Der einzige Grund, warum ich mal mit jemandem nicht gut umgehe, ist, wenn er mich oder mein Kind oder meine Familie gefährdet. Aber sonst, wenn die Leute zu uns nett sind und höflich, warum sollten wir die anschnauzen? Warum sollten wir die runter machen, wenn die uns mal mit Wasser vollschütten oder was weiß ich? Das kann doch jedem mal passieren. Und daran erkennst du extrem viel, wie er oder sie dich mal behandeln würde, wenn es mal bei euch kriselt. Punkt Nummer 6. Was hat er oder sie in der Vergangenheit gemacht? Vergangenheit ist das Stichwort. Es gibt einen Satz aus der Psychologie. Die Vergangenheit ist der beste Predictor für die Zukunft. Also die beste Art und Weise, die Zukunft vorherzusagen. Denn es sei denn, du hast irgendwie ein einschneidendes Erlebnis oder du machst Persönlichkeitsentwicklung, also Coaching oder ähnliches, sind wir meistens heute so, wie wir auch gestern waren. Das heißt, rede mit dieser Person und finde heraus, wie hat sie sich früher verhalten. Erzähl sie Geschichten, wo er oder sie den Partner betrogen hat. Und dann auch noch sagt, ich musste ja, weil. Dann haben wir jetzt noch zwei Punkte. Einmal Betrug, wer es einmal macht, da ist die Möglichkeit da, dass es wieder passiert. Und schweißt auch noch die Schuld von sich. Was hat die Person in der Vergangenheit gemacht? Hörst du viel von Lügen? Ja, wenn der oder die in der Vergangenheit viel gelogen hat, dann ist das Risiko da, dass es heute auch noch der Fall ist. Das muss nicht so sein. Ja, es gibt Leute, die haben mal jemanden betrogen und die haben gedacht, ach du Scheiße, das mache ich nie wieder. Und haben daraus gelernt. Es gibt aber Menschen, die haben nicht daraus gelernt. Übrigens, nochmal zum vorigen Punkt, wie geht er oder sie mit anderen um? Wenn du mitbekommst, dass er oder sie jemanden anderen anlügt, ist genau das gleiche Ding. Habe ich das eigentlich als einzelnen Punkt? Ne, Lügen. Wenn du siehst, dass er andere belügt, glaub nicht, dass er oder sie immer zu dir ehrlich ist. Kannst du vergessen. Entweder du bist ehrlich und du verhältst dich so, aber wenn du die Ausnahme bei Person A machst und bei Person B, glaub mir, dann sind C und D auch noch dran. Punkt Nummer 7. Das ist ein Satz, den sage ich gerne zu meinen Kunden. Schau dir die Fakten an. Da geht es wieder um das Thema, wie verhält sich die Person versus was sagt sie. Das kann also bewusstes oder unbewusstes Lügen sein. Wenn die Person dir die ganze Zeit sagt, du bist mir wichtig, du bist toll, ich will Zeit mit dir verbringen, aber er oder sie findet immer Vorwände, dann doch nicht mit dir auszugehen, schau dir die Fakten an. Wenn er dir sagt, deine Meinung zählt und letztendlich hat das, was du sagst, überhaupt kein Gewicht, schau dir die Fakten an. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, zum Beispiel in der Datingphase oder auch bei deinem Partner, guck dir an, was er oder sie macht. Viel mehr, als was er oder sie sagt. Daran erkennst du viel mehr. Das ist dieser Punkt, ich wollte dir nur noch einmal bewusst machen. Der steckt aber auch schon da drin, wie behandelt er oder sie andere Menschen. Was hat er in der Vergangenheit gemacht. Daran siehst du auch, was macht er versus was sagt er. Weil ich kann sagen, ja, ich bin ein ehrlicher Mensch, wenn ich aber tagtäglich lüge, dann bin ich kein ehrlicher Mensch, dann bin ich ein Lügner. Verstehst du, was ich meine? Also schau dir die Fakten an. Punkt Nummer 8. Denkt diese Person nur an sich. Dass die Gedanken, die da in dieses Thema mit reinspielen, ist Kontrolle abgeben, Entscheidungsgewalt abgeben. Ja, es gibt Paare, da entscheidet einer, ich ziehe jetzt um oder ich nehme den neuen Job in Pusemuckel an und du kommst jetzt mit oder halt auch nicht. Ist dein Problem, so nach dem Motto. Also friss oder stirb. Ja, denkt die Person nur an dich oder denkt er oder sie auch mal an deine Bedürfnisse, was dich glücklich macht, was du brauchst. Fragt er oder sie dich um Rat. Ja, das kannst du alles in der Kennenlernphase schon sehen. Natürlich nie perfekt. Also eine Sache, die ich jetzt hier nicht vermitteln möchte, ist, dass du von vornherein immer alles weißt. Das wird nicht passieren. Wir lernen Dinge von Menschen auch erst Monate und Jahre später kennen. Selbst wenn wir 20 Jahre zusammen sind, lernen wir noch neue Dinge. Aber du kannst einiges, du kannst die Indikatoren schon sehen. Ja, ist das ein Teamplayer oder ist das jemand, der immer nur sein eigenes Ding, seinen eigenen Stiefel fährt, wie man so schön sagt. Achte da drauf, weil wenn das ein Problem für dich ist und du möchtest eine Beziehung auf Augenhöhe, dann ist das schon ein Warnsignal. Kommen wir nun zum letzten, zum neunten Punkt und der ist auch wieder extrem wichtig aus meiner Sicht. Und zwar Grenzen überschreiten. Überschreitet die Person jetzt schon Grenzen. Du sagst, ich möchte jetzt, bitte melde dich mal nicht, ich brauche jetzt mir drei Tage, ich habe irgendwie was zu tun. Ja, ich brauche mal ein bisschen Zeit. Und er oder sie macht es die ganze Zeit trotzdem. Nicht nur auf eine süße Art könnte man denken, sondern auch Grenzüberschreitung. Typisches Klischeebeispiel. Mann und Frau mögen sich eigentlich und irgendwann denkt die Frau, aber nein, ich will jetzt doch nicht mit dir ins Bett. Bitte nicht. Und der Mann ist pushy und sagt, ey, was soll das hier kommen? Und so weiter. Totale Grenzüberschreitung. Mit so einem Kerl will ich doch nichts zu tun haben. Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass wenn ich mal nein sage, dass er oder sie das auch akzeptiert. Oder bitte erzähl meiner Schwester nicht von da und da und die Person geht hin und macht es. Sorry, absolute Grenzüberschreitung. Also das ist wirklich Punkt neun. Als letztes, aber das ist für mich nochmal ein Kracher. Kann der deine Grenzen, er oder sie, deine Grenzen akzeptieren und einhalten und schätzen? Wenn ja, sehr geil. Wenn nein, aus meiner Sicht nicht gut für dich. Man darf natürlich immer nochmal gucken, warum nicht? Hast du dich vielleicht selbst in Gefahr gebracht und er oder sie hat das gesehen? Okay. Aber grundsätzlich, ey, Grenzen respektieren ist unfassbar wichtig. Gut, ich hoffe, diese neun Gedanken haben dir geholfen. Also auch dir persönlich jetzt, die du die Frage gestellt hast. Das ist natürlich, diese Liste ist nie vollständig. Die ist nie perfekt. Aber sie soll Gedankenimpulse geben. Weil es gibt viele Dinge, auf die man achten kann. Wenn es euch allen gefallen hat, Daumen hoch wie immer. Teilt das Video mit jemandem, der das hören muss, wo du sagst, das bringt dich weiter. Wenn du auch einen Videowunsch hast, haus, auch in die Kommentare. Ich habe ja meine To-Do-Liste und klatsche die Dinger da rein und arbeite die ab. Und was habe ich noch? Abonnieren, habe ich schon gesagt. Glöckchen anmachen, vergiss das nicht. Ja, wir wachsen. Wir haben jetzt bald die 2000 und wir wachsen stetig und das ist cool. Jetzt kommen die Kommentare, die Leute helfen sich gegenseitig. Das ist genau das, was ich will. Wir wollen doch möglichst viele Menschen erreichen, die zeigen, glückliche Partnerschaften sind keine Raketenwissenschaft. Also, wie immer, vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video in zwei, drei Tagen. Bis dahin. Ciao, ciao.